Hallo, 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 der Mero hier mit Let's Play Your Level, der heute gehackt kommt von jemandem, ich hab keine Ahnung wie er heißt, allerdings stand in seiner Mail-Adresse und als Name irgendwas von Mapo Mapo, deswegen bin ich damit jetzt erstmal gefahren. Mapo Mapo, wenn du das siehst und weißt wer du bist, dann schreib mir eine PM, dann ändern wir den Titel. Aber jetzt ist es Mapo Mapo. Hallo, lieber Spieler, viel Spaß bei meinem Level und Bugs, bitte melden. Liebe Grüße, Mapo, ich hatte also recht, okay, PS, das ist mein erstes Level. Groß- und Kleinschreibung darf man auch außerhalb des Namens benutzen. Dein Level ist in Welt 7 und die Overworld, auch wenn ich sie nicht bewerte, diese Overworld ist schon so an sich ein kleines Stück Kunst. Ich find sie nicht schön. So, dein Level. Äh, das ist mein Level. Oh, ich seh hier direkt die erste Ecke. Man, man kennt mich und Ecke. Was ist... Kann ich das nochmal haben? Was ist mit dem Block passiert? Was ist das? Das sollte so nicht sein. Das sollte so nicht sein. Okay, da ist irgendwas falsch. Weiter. Yay. Ups. Hast du ein bisschen Gras für mich. Und wir haben übrigens einen unbesiegbaren Kupa geschaffen. Ich liebe solche Bugs und Glitches. Aber nein, Yoshi, wir haben kein Gras für dich. Oh je. Oh je. Okay, es wird so ein Level. Äh, und dann werde ich, glaube ich, auch mal solche Tricks benutzen. Denn es ist so ein Level. Äh. Ja. Mittelpunkt. Ach schön. Ach schön. Es ist echt so ein Level. Ähm. Ein Glück, dass ich einfach mal so gehen kann. Schade aber auch. Tschüss, Josh. Tschüss. Ähm. Nee. Oh. Röhre. Schloss. Da, da, da. Da, da. Da, da. Was war das da? Was ist das da unten? Da, 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 da. Wow. Das hätte man mir sagen können. Ich habe aber das Gefühl, die rotieren irgendwie ein bisschen blöd. Ja, die rotieren falsch rum. Ah, Moment. Ich muss einfach warten. Jetzt da drauf. Böööö. Jetzt. Da drauf. Ich. I can do it. Moment. Wo habe ich? Da. Da, da. Yeah. Uhuhu. Yeah. Schön. Das ist wunderhübsch. Äh. Bosskampf. Doppelfeuerblume. Okay. 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 Nein. Ganz ehrlich nicht. Nein. Allein dafür, ja? Für dieses hier. Sieht man den Mauszeiger eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber ich fuchtel gerade mit rum. Dafür. Dafür. Gibt es jetzt von mir eine Null. Danke. Entschuldigung. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist ein Endless-Bonus-Game, weil man die Tür nicht verlinkt hat. So. Masaline 2412. Der Strich dahinter bedeutet, dass er mir gesagt hat, ich soll das Ganze ohne Safe-State spielen. Das heißt, ich werde ein Safe-State am Anfang machen. Masa präsentiert Masa la vista Mario. Oh. Oh. 2012, inzwischen 2013. Ein Hallo und ein herzlich Willkommen im Dinosaurierland. Als damals Mario Peach gerettet hatte, geschah das selbst. 2012 erneut. Oh, Noes. Also. Yoshis Villa. Ich Safe-State nur auf der Map, um so ein bisschen umherzusprechen. Uh. Halt. Da will ich rein. Da, 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 da. Tut mir leid, such Feuer. Bin bald zurück. Aktiviere aber schon mal den P-Switch, damit du rechts weiterkommst. Sind das mehrere Level? Ich will aber nur eins machen. Banzai Bill. Das ist irgendwie das Original. Warum heißt das Banzai Bill? Der Duel ist bingern. Warum heißt das Level Banzai Bill? Das irritiert mich jetzt. Wie heißt das? Land of the Banzai. Also der, der, der liebe Masaline mag Sonic und Banzai Bills. Haben wir da schon mal geklärt? Di, 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 du, du. Och, komm schon. Allein für den... Okay, ich hab da unten nicht aufgepasst. Das hätte man sehen können. Hoch. So, wir machen einen, damit ich nicht immer dieses Level neu betreten muss. Wieso komm ich da grad nicht runter? Ich will doch nur diese Nachricht lesen. Ist das denn zu viel verlangt? Was ist denn los? Was ist los? Okay, ganz ehrlich. Was ist los? Wir machen das anders. Wir machen die kaputt. Gehen hier rüber. Und schaffen's trotzdem nicht. Oh, wow. Jetzt hätte ich's gepackt. Oh mein Gott. Das ist grad traurig. Ich bin grad traurig. Das gibt's nicht. Ich will doch nur wissen, was man mir schreibt. Danke. Findest du die fünf Yoshi-Coins? Errätst du die Musik? Findest du den Mond? Viel Spaß wünscht dem Masaline. Okay, danke. Warum auch immer du die Nachricht da unten versteckt hast? Ich danke dir. Da ist ein. Ich hab eine gefunden. Gefunden. Oder meint der auch, ich soll sie mir holen? Erstmal gehst du bitte weg. Ich kann dich nämlich grad nicht spin-jumpen. Das wäre ein wenig. Ein wenig kontraproduktiv. Uh. Da können wir doch jetzt auch. Ups. Schummeln. Wir müssen das einfach jetzt machen. So. Gedusch. Gedanke. Hi. Charlie. Oh Gott, das ist etwas voll hier. Hilfe, der Bulle. Bill, man sei Bill. Bill, okay. Hm. Ich werde... Ach, wir wissen, ob da oben was ist. Nein. Okay, ich hab den P-Switch verbraten. Oh, man sei Bill. Die Musik ist übrigens aus Super Mario World. Die erkenne ich. Die ist... Oh, lass mich überlegen. Das könnte Yoshis Island sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Äh. Das ist jetzt beschissen designed. Komm ich hier irgendwie raus? Nein. Das ist sehr beschissen designed. Ähm. So. Wollen wir doch mal schauen, ob ich das Rätsel verstehe. Denn ich bin ganz ehrlich, äh... Wenn er nicht nach den Regeln spielt, dann spiele ich es auch nicht. Danke schön. Tock, tock. Komm rein. Danke schön dafür. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es alle waren, die man bis hier finden konnte. Ansonsten hab ich halt jetzt nicht alle gefunden. Komm mal her. Äh. Yo, das war sogar nöt... What the fuck? Okay. Das war eigentlich nur so eine Vermutung von mir. Nein. Oh Gott. Äh. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Nee, ganz ehrlich. Wenn du schon so anfängst... Dann... Ich komm nicht an beides ran. Das geht nicht. Das wurde jetzt gerade von mir als Nein abgestempelt. Dafür brauche ich den P-Switch. Ich habe das Gefühl... Äh, den P-Switch. Den Yellow-Switch. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht an den Mond rankommen kann. Okay. Ich vermute, ich soll hier runter. Ah. Schön. Drei Manscher in einem Blind Jump. Das ist nicht ganz so nett. Hey, ich habe ganz viele Yoshi-Coins übersehen. Und fandest du das Level gut? Lohnt es sich weiterzumachen? Wenn ja, schreibe mir bitte Verbesserungstipps. Okay. Denn das erste Level so ein Totalausfall war... Ähm. Würde ich einfach mal sagen... Wir haben die Zeit, nochmal durch das Level zu gehen. Und so zwei, drei Tipps auszusprechen. Und vielleicht... What the fuck? Okay. Und erst mal den Switch Palace zu holen. Zack. Hallo, Dr. Mario. Na, wie geht es Ihnen? Ich komme da nicht... Ah, ich komme dran! Wuhu! Ich wollte schon sagen... Das hatte mich jetzt ein wenig... Äh... Ein ganz klein wenig verwirrt. Gut. Darf ich jetzt? Und... Und... Hallo, seltsamer Hügel. Ab ins Level. Wir gucken auch mal rein. Wie gesagt, die Zeit bleibt ja... Wir sind bei elf Minuten noch was. Erster Fehler hier, meiner Ansicht nach. Da scheiden sich die Geister. Aber ich finde, dass man nicht hier eine Bedrohung hinsetzen sollte, von hier, wenn ich hier spawne. Kann ja sein, dass der Spieler aus welchem Grund auch immer die ersten zwei, drei Sekunden nicht ganz so aufmerksam ist. Äh... Da kommt es blöd. Wirklich ein wenig blöd. Wow! So. Äh... Alles okay hier? Der Teil? Ach ja. Da war ja was hinter. So. Äh... Blö, blö. Alles okay, alles okay, alles okay, alles okay, alles okay, alles okay. Oh! Fuck. Ja, ich erinnere mich. Wir machen es aber diesmal anders. Äh... Ich... Denke mal... Ich sag einfach jetzt, der P-Switch ist mir egal. Perfekt. So. Der P-Switch ist mir egal, denn man braucht den P-Switch nicht. Man kommt ja genauso durch, indem man einfach groß bleibt. Das ist, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber das war vielleicht nicht ganz so durch... Dacht. Ach, kacke. Geh da runter. Danke. So. Ähm... Wie gesagt, das war nicht ganz so durchdacht. Ich kann nämlich einfach, wenn ich schon groß bin und nicht wie ein Vollidiot in jeden Cooper reinspringe. Äh... Hier. Ich find's übrigens nett, dass du hier so ein paar Kanonen eingebaut hast, die überhaupt nix bringen. So. Mit P-Switch... Äh... Mittelpunkt. Hier sind wir jetzt, genau. Die Stelle find ich ziemlich fragwürdig. Designtechnisch. Weil... Meiner Ansicht nach... Es ist wieder ein Blindjump. Ich weiß nicht, ob vielleicht unter dem Hammerbruder noch was ist. Dementsprechend gucke ich vielleicht mal nach und dann sterbe ich halt. Nicht schön. Ähm... Hier ist alles okay wieder. Das ist... Das ist okay. Hier war irgendwo ein Pilz. Da. Jetzt würde ich gerne... Da hoch... Und rausfinden... Was du denn da oben versteckt hast. Da. Da oben versteckt hast du eine Yoshi-Coin. Aha! Aha! Ich hab mir schon sowas gedacht. Und man überspringt den... Diesen schrecklichen Sprung. Das ist ganz nett. So, wie gesagt. Hier Blindjump. Ja. Mitmünzen ist okay. Aber dann hau hier keine Manscher hin. Ganz ehrlich nicht. Und... Das ist auch wieder okay. Ja, was geben wir? Ähm... Da waren einige größere Fehler drin. Unter anderem der... Der... Erzwungene Tod, wenn man den P-Switch nicht mitnimmt. Das ist... Das ist echt nicht schön. Und ich glaub, das ist auch so der Hauptgrund, warum ich hierfür nicht mehr als zweieinhalb Punkte geben möchte. Komische Betonung ist komisch. Aber ja. Das war's dann. Fuchtel, fuchtel. Das war schön. Das war zumindest... Das war... Das war spielbar. Das andere war nicht spielbar. Das war unschön. Ähm... Let's play your level für heute. Es war... Vorbei. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschü tschü.